Zu einem neuen Spiel von Trivial Pursuit Live! Schauen wir uns die Spieler an! Spieler 1 und Spieler 2 Richtige Antworten auf Fragen bringen Punkte, Punkte bringen Wissensecken. Jeder Spieler kämpft in 5 Runden um Wissensecken. Und da dies Trivial Pursuit ist, gewinnt der erste Spieler mit 6 Wissensecken das Spiel. Mögen die Spieler beginnen! Runde 1 Durchstarter Schauen wir uns die Regeln an! Wie immer bringen richtige Antworten Punkte. Jede Frage ist mehr wert als die vorherige. Comics, Tanz, Bücher und Theater, Kunst und Literatur. Hobbys und Essen, Spaß und Spiele, auf zu Sport und Freizeit! Zeit Kultur und Ereignisse damals und heute mit Geschichte Hier ist eine interessante Entwicklung. Erde, Technologie, Weltall Jetzt zur Wissenschaft und Technik! Es gibt etwas Neues! Letzte Frage Das ist Ihre Chance, Spieler 1 Wahrzeichen, Traditionen, Kulturen und Orte Geografie Interessant! Und das war die Runde Platz 2 Erster Platz Sammeln Sie Wissensecken, holen Sie mehr Punkte Die Show geht noch weiter Runde 2 Sammelkiste So funktioniert es Wählen Sie abwechselnd Antworten Jede richtige Antwort bringt Ihnen Punkte Aber Vorsicht, bei einer falschen Antwort setzen Sie bis zur nächsten Frage aus Ihre Wahl für diese Runde, Spieler 1 Geschichte Ja, die Miete So wie er witzig ist Ich die lebe die Miete Von Teide 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Gut gemacht! Untertitelung des ZDF, 2020 Schön gemacht! Letzte Frage für die Runde Viel Glück, Spieler 2! Unterhaltung Ah! Das ist das, das ist das... Oh! Welche Antworten sind richtig? Wahnsinn! Tolle Runde! Platz 2! Und an der Spitze! Wie viel brauchen Sie noch für Ihre nächste Wissensecke? Schauen wir uns gleich mal die nächste Runde! Runde 3! Jetzt Wahlkategorie! Sehen wir uns an, worum es in dieser Runde geht. Wählen Sie abwechselnd eine Kategorie. Antworten Sie richtig, um Punkte zu erhalten. Wenn Sie in der von Ihnen gewählten Kategorie richtig antworten, erhalten Sie Bonuspunkte. Bonus-Kategorie Wählspieler 1. Kunst und Literatur. Spieler 2! Wählen Sie Ihren Kategorie! Kunst und Literatur! Wählen Sie Klugspieler 1! Es stehen Bonuspunkte! Wissenschaft und Technik! Wählen Sie Klugspieler 1! Schlagspieler 2! Das gibt dann die Kategorie! Das sind die Kategorie! Die Kategorie! Eigentlich sind die Kategorie die Kategorie! Und hier sieht die Kategorie! Die Kategorie ist sehr wichtig! Die Kategorie ist sehr wichtig! Hier mal was anderes. Beeindruckende Leistung. Spiele 1, Kategorie wählen. Geschichte. Wechseln wir mal die Kategorien. Unterhaltung. Unterhaltung. Zeit für einen Kategoriewechsel. Spiele 1, Unterhaltung. Unterhaltung. Und die letzte Frage. Wählen Sie mit Bedachtspieler 2. Nicht die Bonuspunkte vergessen. Unterhaltung. Unterhaltung. Die Show geht noch weiter. Was für eine Runde. Platz 2. Und an der Spitze. Mal sehen, was Sie für die nächste Wissensecke brauchen. Was kommt jetzt? Nah dran Turbo. So funktioniert es. Wählen Sie schnell die Bestmögliche.